Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Special Video und zwar habe ich ein bisschen was an meiner Website verändert und zwar einen kleinen JavaScript Miner eingebaut. Ihr bekommt den Link dazu einfach hier direkt auf der Startseite, indem ihr hier auf Monero draufklickt und dann habt ihr hier eigentlich schon alles, was ihr braucht. Achtung, kleine Warnung hier und zwar dieser Miner läuft ausschließlich auf dieser Seite, das heißt nirgendwo anders, wenn ihr im Forum seid, garantiert kein Miner oder sowas, das verspreche ich euch. Das ist nämlich ziemlich arschig, werde ich aber gleich noch ein bisschen was dazu sagen und ihr müsst hier bewusst auf Starten klicken, sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Es passt auch automatisch, soweit ich weiß, eure Threads an und ihr könnt hier die Geschwindigkeit einstellen, die das ganze Ding eben nutzen soll. Aber ich werde es jetzt natürlich hier nicht starten, weil ich brauche meine Leistung gerade zum Aufnehmen und wenn ich hier 100% Leistung habe, dann kann es passieren, dass ich lagge. So, jetzt warum ist das vielleicht eine schlechte Idee, warum ist es eine gute Idee und was ist da dran so gemein und wie funktioniert das Ganze überhaupt noch? Ich werde euch gleich noch ein bisschen was über CoinHive an sich erzählen. Mining ist was, was Rechenpower braucht. Also es geht um Kryptowährung, in dem Fall Monero, nicht Bitcoin. Warum Monero überhaupt? Weil Monero ganz gut über JavaScript und die CPU farmbar ist. Bitcoin ist darüber absolut total bescheuert, farmbar, also quasi gar nicht. Es dauert einfach ewig. Und selbst Monero braucht natürlich seine Zeit, aber Monero ist immer noch am besten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zumindest ist es besser als alles andere. Aber ja, ich habe das ganze Ding mal ausgerechnet, auch übrigens mal. Und zwar, wenn ich meinen PC hier rund um die Uhr anhaben würde und tatsächlich die ganze Zeit meinen würde, dann würde ich circa 5 Euro nach einem Monat haben. Allerdings werden meine Stromkosten dann steigen und ich werde circa 7,50 Euro nur für die Mehrleistung an Strom ungefähr bezahlen. Also da ist eingerechnet, dass ich meinen PC sowieso an hätte. Und ja, nur die Mehrleistung, also ich habe einfach mit meiner Idle-CPU, also quasi ohne Auslastung gerechnet. Und wenn ich sie voll ausgelastet hätte, dann würde ich sozusagen 7,50 Euro mehr zahlen, als ich ohnehin zahlen würde für Strom. Also ist schon eigentlich eine sinnvolle Rechnung. Sprich, eigentlich ist es deutlich effizienter, wenn man mir direkt einfach spendet. Aber es ist natürlich absolut anonym, das heißt, ich weiß im Endeffekt gar nichts über euch. Und deswegen ist es eigentlich auch eine ganz angenehme Variante hier. Man weiß im Endeffekt überhaupt nichts. Ich weiß nicht mal, ob ihr überhaupt privat irgendwie ein Bitcoin-Wallet oder Monero-Wallet habt. Und ja, ich weiß natürlich auch sonst überhaupt nichts über euch, außer das, was ich sowieso weiß, wenn ihr meine Webseite besucht. Und in meinem Fall ist es tatsächlich nichts. So, Stromkosten, wenn die natürlich für euch egal sind. Also ich habe zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass manche das irgendwie in der Schule laufen lassen haben. Aber wenn ihr irgendwie tatsächlich keinen Stromkosten zahlen müsst oder euch die nicht wichtig sind oder sowas, dann könnt ihr das natürlich laufen lassen, ohne irgendwas zu bezahlen. Also im Endeffekt eigentlich eine super Sache. Und ja, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie das ganze Ding funktioniert. Also ihr müsst hier wirklich auf Starten drücken. Es wird auch nirgendwo anders eine laufen. Aber ja, ganz kurz hierzu. Und zwar, das ganze Ding ist mittlerweile schön weit verbreitet. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass einige Webseiten das ohne dem User sozusagen zu sagen, also ich muss hier nicht diese GUI hinschreiben, also dieses User-Interface, wo man auf Starten klicken kann. Ich kann das Ding auch einfach im Hintergrund laufen lassen und muss euch überhaupt nichts davon erzählen. Das ist natürlich blöd. Denn wenn ich auf eine Webseite gehe, sagen wir mal zum Beispiel mit dem Handy, da finde ich es am schlimmsten, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, mobil, und ich möchte eine Webseite besuchen, hat überhaupt nichts mit Mining oder sowas zu tun, aber die lassen einfach im Hintergrund mein Handy für die Bitcoin, oder Monero in dem Fall, farmen. Dann ist natürlich der Akku deutlich schneller leer. Ja, und ich möchte vielleicht auch nicht unbedingt auf jeder Webseite hier irgendwas meinen. Denn ja, ich brauche vielleicht auch meine Leistung für irgendwas anderes. Und deswegen finde ich das wirklich nicht in Ordnung, wenn man das einfach im Hintergrund laufen lässt. Machen aber mittlerweile sehr, sehr viele Websites. Das heißt, blockt eventuell auch diese CoinHive-Skripts standardmäßig mal so zur Vorsicht, sage ich jetzt mal. Und wenn dann jemand wirklich euch fragt, ob ihr für ihn meinen könnt, dann könnt ihr es immer noch anmachen. Also sozusagen temporär erlauben oder sowas. Und nicht einfach stumpf alles erlauben. Okay. Jetzt allerdings zum Einbinden von diesem Ding. Vielleicht möchte der ein oder andere das ja auf seiner Website einbinden. Aber bitte dann wirklich so, dass man es bewusst starten muss und nicht im Hintergrund laufen lassen. Das, wie gesagt, ist ziemlich doof. Und zwar, ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, sozusagen, die Website ist CoinHive.com. Wie das Ganze funktioniert, das ist wirklich unglaublich einfach. Das Ganze gibt es übrigens auch als Capture, habe ich bei mir nicht gemacht. Kann man eingeben, zum Beispiel, wie viele Hashes man haben möchte für einen Capture-Klick. Ihr müsst dann irgendwie nichts mehr ausfüllen, wie bei dem Google Capture, sondern ihr könnt einfach draufklicken. Und dann werden da eben, zum Beispiel, 1024 oder 2048 oder XY viele Hashes ausgerechnet. Und die werden euch dann sozusagen gut geschrieben auf euer Konto. Und wenn das natürlich dementsprechend häufig passiert, ist das natürlich auch eine super Alternative. Also hier finde ich es auch wieder eigentlich ganz in Ordnung. Aber ja. So, wie funktioniert das ganze Ding, was ich jetzt hier eingebaut habe? Ich habe hier diese Simple Miner UI benutzt und die ist wirklich super simpel zum Einbinden. Was ihr im Endeffekt bekommt, wenn ihr euch anmeldet, ist einen Key. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil direkt unten drunter steht der Secret Key. Den brauche ich natürlich. Aber ja. Ihr bindet im Endeffekt genau das hier einfach ein. Und dann könnte ich hier sagen, was da stehen soll. Oder ja. Ihr könnt auch hier oben dieses einfache Ding einbinden. Aber ihr könnt hier auch einfach sagen, ich nehme das Komplexere. Da kann ich ein bisschen mehr erklären. Im Endeffekt genau das Ding hier einfach kopieren und einfügen und fertig. Und dann könnt ihr hier einstellen, wie das ganze Ding aussehen soll. Das ist im Style drin logischerweise. Die Klasse dürft ihr nicht ändern. Dann Data Key muss der Key sein, den ihr unter den Settings bekommt. Wie gesagt, ich kann ihn euch nicht zeigen. Damit auch wirklich die Hashes, die hier berechnet werden, euch gut geschrieben werden. Denn ihr bekommt ja im Endeffekt hier ein Wallet angelegt. Und könnt euch dann Monero überweisen oder sowas. Dann kann man hier den Autostart angeben. Das heißt, ob das Ding automatisch anfangen soll zu hashen oder auch nicht. Hier bitte kein Autostart ansetzen. Also, dass es nicht Autostarten soll. Dann hier das White Label. Das ist im Endeffekt, ob hier unten Powered by CoinHive steht. Das könnt ihr an- oder ausschalten. Und dann könnt ihr hier den Hintergrund festlegen, damit es auf eure Website drauf passt. Ihr könnt den Text festlegen, die Farbe vom Text festlegen, damit da im Endeffekt auch eine passende Farbe ist. Den Action Button könnt ihr festlegen. Das ist die Farbe von dem Ding hier. Und ihr könnt den Data Graph festlegen. Wie viele Threads laufen. Ist übrigens fast alles optional. Und die Auslastung könnt ihr festlegen. Und natürlich, was da stehen soll. Bei mir steht jetzt hier Starten. Also, super, super simpel eigentlich. Ihr könnt auch mal bei mir einfach den Quelltext euch angucken. Und bei mir ist es tatsächlich nicht mehr. Ich habe hier einfach dieses Script, SRC, bla bla bla. Den CoinHiveMiner hier reingetan. Data Key. Das ist übrigens der Public Key. Den könnt ihr direkt auch. Also, wenn ihr jetzt das hier eins zu eins kopiert, dann werden die Hashes, die hier berechnet werden, sozusagen mir gut geschrieben. Also, wenn jemand von euch das eins zu eins kopiert, hier als kleine Warnung, auf seine Webseite, dann wird jeder Hash, der bei euch gemeint wird, mir gut geschrieben. Hier muss definitiv euer Public Key dann hin. Dann natürlich Background. In meinem Fall der normale Background, den ich hier drin jetzt habe. Hier, damit es passt, den Text in diesen wunderschönen Orange. Und dann eben starten als, ähm, als, äh, was auch immer da sein soll. Ähm, genau. Und das, was hier unten steht, ist, achso, ja, das ist bei mir gar nicht starten, sorry. Das ist, ähm, wenn es nicht geladen werden kann, was dann da stehen soll. Also, eigentlich super simpel zum, ähm, zum Einbinden. Auch die Anmeldung ist total simpel. Ähm, wer vielleicht Interesse dran hat, kann das einfach mal bei sich auch einbinden. Aber wie gesagt, ich bitte euch darum, das Ganze auch wirklich nicht automatisch zu starten. Das ist, wie gesagt, ziemlich gemein. Ähm, es gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, was ihr hier jetzt machen könnt. Ihr könnt eine komplette API benutzen dafür. Also, das heißt, ihr könnt auch wirklich Leute minen lassen und denen dann zum Beispiel Gutschriften geben. Also, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Streaming-Service habt, dann könnt ihr sagen, okay, du minst für mich, äh, eine Stunde und bekommst dafür eine Stunde Video gucken oder sowas. Also, solche Sachen kann man auch machen. Das funktioniert ja mit der, äh, mit der HTTP API. Ähm, und man kann auch den Miner natürlich einfach komplett verändern. Das ist im Endeffekt genau das hier über JavaScript. Und es gibt eine Non-Adblock-Version, wo dich dann explizit fragt, möchtest du jetzt hier auf dieser Website minen? Und das Capture habe ich euch ja schon gezeigt. Also, eigentlich an sich eine coole Sache. Aber es kommt natürlich auch wieder hier drauf an, wie wird es genutzt. Wenn es einfach im Hintergrund gestartet wird und jeden Benutzer der Webseite irgendwie halb lahm legt oder seine Stromkosten erhöht, finde ich das absolut falsch. Ähm, aber wenn man bewusst starten muss, dann finde ich, das ist eine durchaus sinnvolle Variante, was man hier machen kann. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Ihr seid jetzt ein bisschen informierter. Und wenn ihr mich, äh, unterstützen wollt durch Farmen, dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.